Ja, machen wir uns bereit für einen Angriff. Okay, also wir haben genügend Tanks. Hm. So los. Zweimal DVA. Finde ich mal interessant. Heute sind wir alle Soldaten. Ei. Kann mich niemand heilen? Ich bin es leid, zu warm. Guck mal, hier wird Hearthstone gespielt. Habe ich letztens auch mal angehabt. Ist ja eigentlich auch ganz witzig. Ich weiß nur nicht, wie es mir geht. Also. Habe mich damit zu wenig befasst wieder. Geogen macht jetzt hier einen auf Meditation. Was habe ich hier für einen tollen Spray? Oh, der D... Guck mal hier. Der DVA-Spray ist auch irgendwie witzig mit ihrem Hasen. Oh, der ist hier keine Hase. Doch, hier bei mir. Drei, zwei, eins. Andere beginnt. Leben Sie ziehen. Oh, ich habe einen eliminiert. Ja, ich habe den eigentlich eliminiert, aber... Ich habe 37% Schaden angemacht. Ich... Den Rest. Da habe ich jetzt 60% gemacht. Und der Verteidigung werde ich hier Torbio nehmen. Was macht unser Lusio denn da irgendwo sterbend? Ich glaube, eine Taktik hier ist, es ist einfach immer draufhalten. Oh, sagst du so weit? Nee, also als Verteidiger. Oh, Mann, warum macht Lusio immer seinen Scheiß... Nennigkeitsbooster. Anstatt irgendwie Heilung, oder? Ja, vor allem, das ist hier richtig kacke. Kann ich dir sagen, warum. Weil er selbst die ganze Zeit immer vorne hin und hier sprinten will und angreifen will. Anstatt einfach nur der Heiler zu sein. Hm. Oh, das ist ein Sniper. Ich hole den Pummel. Keine Sorge, das mache ich mit zwei Fingern. Wo schreibe ich denn jetzt drauf? Achso, ein Bastion. Nee. Was macht mir Farrah? Ausruhen kann ich, wenn ich tot bin. Aber vielleicht... Ah, bekämpft einer. Triple kill. Nett. Ich nehme das Ziel ein. Warte, wir halten auch das Ziel ein, ja. Ich stelle mich da einfach mal hin. Ein Ultimat ist fast jeder Einsatz bereit. Zielpunkt A eingenommen. Greifen Sie Zielpunkt B an. Und dein Ulti ist bestimmt auch bereit. Du hast ihn ja auch irgendwie eigentlich durchgehend, oder? War das nicht bei ihm so? Nein, ich habe den komisch, weil ich nie durchgehend bin. Wahrscheinlich so schlecht mit ihm bin. Jetzt würde ich gerne hier in so einem Tank sehen. Oh, was? Trotzdem zieht er uns mit in den Tau, oder? Mich nicht, ich bin weggelaufen. Ich bin auch weggelaufen, aber ich war nicht weit genug weg. Ich weiß echt nicht, wie schnell manche da ein Ulti mal kriegen. Ich glaube, das ist einfach nur, du musst häufig schießen und einfach... Du musst ja nie genau treffen. Du musst ja einfach immer nur in die Nähe. Gegnerisch ist geschützt! Ich meine, ich habe auch ein Ulti-Ready, aber... Oh, hinter uns, hinter uns. Oh, ich habe mich gekillt. Sehr gut. So, noch einer? Nee, der Cygnus. Nee, du hast ihn gekillt. Noch bin ich nicht tot. Gegnerisch ist geschützt! Los geht das, Tiefel! Soundbarriere aufgeladen, es kann losgehen! Gegnerisch ist geschützt! Ich habe dich im Visier. Oh, das war nicht schlecht. Nein, ich habe es nicht geschafft! Oh, das war doch richtig wenig, was er noch hatte. Mit seinen Reifen. Drei Goldmedaillen. Eine Bronze und eine Silber. Wegen der Heilung. Puh, 2-0. 5-17 ist auch gar nicht mal so schlecht. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Mit dem Team Scharm, wir haben Turbion. Aber ich glaube, wir werden die das nicht so geil finden, wenn da irgendwie viermal Turbion... Aber komm, wir haben zweimal DVA, dann können wir doch eigentlich auch zweimal Turbion haben, oder? Aber wir haben keinen Heiler. Mann. Ich kann dir da jetzt echt nicht helfen. Äh, ist das... Ja, wie wäre es mit Yoshihito? Okay, jetzt haben wir eine Heiler. Jetzt kannst du irgendwas nehmen. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Man dankt! Weicht nicht vom Plan ab. Und der Sieg wird unser sein. Toll, nur weil die Erdlüsenantriebe haben und fliegen können. Kann ich deinem Mech mal unter die Haube schauen? Kann ich deinem Mech mal unter die Haube schauen? Mhm. Ich finde es irgendwie witzig, dass die... ...es geschafft haben, äh... Ich dachte, sie miteinander kommunizieren. Genau. Dieses Potenzial! Geschafft haben, das hört sich an, als wäre das so eine unüberwindbare technische Erwohnschaft. Das ist dann nur witzig, dass sie an sowas gedacht haben. Ja. Das macht das so ein bisschen lebendiger. Mhm. Also du kannst dich dann hier vorne gerne hinstellen. Hier steht ein Turm. Guck dir an. Diese... ...diese Flammlackierung. Ist das nicht der Hammer? Ist total angesagt. Hammer geil. 97. Ich befürchte, dass er von hinten kommt, ne? Richtig. Nö, Chracer ist durch. Oh, die sind... Hier hinten, hier hinten. Die sind zu zweit beim Funk. Hab beide gekillt. Alles cool. Zenyatta ist da oben drin. Rato ist cool. Rato? Ist das... Ja, so hier ist der. Ist das nicht von ganz? Ne, die habe ich deswegen nicht gesehen oder gelesen. Oh, vorhin da. Sorry, da kommt es doch. Ich 누구 nicht. Hey, das ist schauerz. Ich stehe. Ja, das ist schauerz. Ich rede. Das interessiert dich auch nicht, ob da jetzt ein Ulti von Tracer an dir dran ist, oder? Auch so, weißt du, du packst ein Rüstungspaket in, jemand läuft drüber und automatisch heißt es Danke. Entschuldigung, doch okay, ich bin ja richtig heiß gelaufen hier. Jetzt habe ich drei Goldmedaillen. Das finde ich jetzt so blöd. Oh, der ist fast tot, Mann. Oh, Mann, der war fast tot. Ich bin draufgegangen. Hey, das war jetzt noch mal ein Teleporter, klar. Ich muss aufnehmen, ich fahr über den Teleporter auch in drei Sekunden. Nicht denn hier. Ach, hier. Och, katz, Sniper. Mist. War so typisch, oder? Oh, Alter. Kann mir jemand die Sniper da oben wegnehmen? Ja. Mist. Naja, wir müssen halt 40 Sekunden durchhalten. Mann, wenn wir den Turm mal so viel wegmachen können. Hammer gezückt und einsatzbereit. Naja. Vorsicht, Kämpfer! Das sollt nicht abwandern. Das sind stören tut mich, dass die hier schon wieder drin sind. Weil gerade habe ich noch ein bisschen nervös, irgendwie. Gerade habe ich noch ein bisschen nervös. Ich habe ein bisschen Angst. Ich dachte gerade, das war unser. Ähm, unser. Einer von denen. Äh? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben das doch eigentlich öfter, oder? Ja, vielleicht läuft es trotzdem noch durch. Nee, ich muss mehr killen. Ich habe nur noch Silber bei Tötung. Ich mache mir gleich mal ein Geschütz down, oder? Ja, ist schon da. Ich habe das. Ich sido ich. Ja. Ich bin der Fan. Ich habe nur noch Silber bei Tötung. Ich habe nur noch Silber bei Tötung. das geht doch weiter wie schnell bin ich denn draufgegangen von Junkrat auf mit Luck Shots unglaublich das hat mich damit komplett gekehlt bringen wir es zu Ende ich hab da die Party angemacht Mist mal überall die Rüstungspakete hin wie ein Beklopter das hilft dem Team auch nicht schlecht Rotog zieht die VA hin okay dann mach ich Selbstzerstörung hier ist halt nur mein Schütz nicht mehr so useful er hat es halt auch mein Schütz nein ich bin ein Tick zu schon ein bisschen zu spät dieses Zwerg ist on fire von mir aus können sie jetzt wieder reinschauen ich hab mein Ulti das Gute ist die werden gleich reinschargen müssen das Gute ist Was ist das? Der Typ hat es immer nur auf mich abgesehen, mit seinen Ultis. Nein, die sind gescheiß Passiv. Damit hat er einen Doppelkill gemacht mit seinem Passiv. Naja, ich will ja gar nicht sein, was ich so gemacht habe. Naja, jetzt hat es nicht geklappt. Was? Ja, um den Turm aufzustellen. Jetzt hat er... Die haben es irgendwie extrem auf mich abgesehen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe nur 43 Kills. Jungs. No way. Yeah. Ja. Das war mal richtig top. Ich finde, ich sollte das haben. Das Highlight. Mit welcher Aktion jetzt auch immer. Ach, mit der. Mir stirbt Sterne weg. Mir stirbt Sterne weg. Eure gerechte Strafe. Oh, das ist eure gerechte Strafe. Wie unspektakulär. Ah ja, stimmt schon. 44 Kills. Was soll ich machen? Lass mich richtig ab. Ach. Ich fand das jetzt gerade toll. So viele Eliminierungen hatte ich noch nie. Ja, eine 36. So, bin ich jetzt mal wieder 38? Oder 39? Natürlich 38. Und 40. Ich würde auch gerne nochmal aufsteigen. Ich würde auch gerne nochmal aufsteigen.